Gehst du gelegentlich auf Netzwerkveranstaltungen, ob Unternehmerfrühstück oder Abendveranstaltung, ob Firmenempfang, Messe oder Seminar? Überall sind spannende Menschen, mit denen du zusammen Umsatz machen kannst und die dich zu deinen neuen Kunden bringen. Bist du vielleicht sogar Mitglied von einem professionellen Netzwerkverband wie BNI oder BVMW? Großartig! Dann machst du bereits einiges richtig und dieses Video ist für dich. Du hast bereits verstanden, dass Kunden auf Empfehlung der angenehmste, schnellste und einfachste Weg ist, um deinen Gewinn zu erhöhen. Die Nielsen-Studie belegt, dass Menschen keinem anderen Kanal so sehr vertrauen, wie der persönlichen Weiterempfehlung von einem vertrauten Kontakt. Online-Marketing, Facebook-Werbung, Plakate, Anrufe, nichts ist so effizient wie die persönliche Weiterempfehlung. Doch nur wenige Unternehmer haben eine Strategie, wie sie mehr Empfehlungen bekommen können. Und wenn es für dich ein bisschen mehr sein darf, dann habe ich etwas für dich. Die Facebook-Gruppe Kunden auf Empfehlungen habe ich gegründet, damit du von mir und anderen Gruppenmitgliedern Techniken und Strategien erfährst, um mehr Empfehlungen zu erhalten. Hier wirst du zum Thema Netzwerken mehr lernen, als in so manchen Büchern und Seminaren zusammen und das kostenlos. Jeden Tag erfährst du hier die besten Trainingsbeiträge, dazu Webinare, Videos, Live-Calls, Experten-Interviews. Und am besten wirst du davon profitieren, wenn du aktiv mitmachst. In dieser Gruppe sind die besten Tricks aus meinem Praxishandbuch für Netzwerkveranstaltungen, aus meinem zweiten Buch der Empfehlungsformel und die Insider-Tipps aus den Mastermind-Gruppen. Die drei Hauptthemen. Ein klares Profiling. Du wirst lernen, wie du dein Alleinstellungsmerkmal und deinen Zielkunden schärfen kannst, damit es deinen Netzwerkpartner noch einfacher fällt. Dich zu empfehlen. Du lernst, wie du auf Veranstaltungen zu mehr guten Kontakten kommst und die optimalen Multiplikatoren hast, die dich voranbringen. Und natürlich lernst du, wie du mehr Empfehlungen bekommen, aber auch geben kannst. Wenn dich das interessiert, dann bist du herzlich willkommen in der Facebook-Gruppe Kunden auf Empfehlungen. Du findest den Link in Facebook neben oder über diesem Video und in YouTube unten in der Videobeschreibung. Komm jetzt in die Facebook-Gruppe Kunden auf Empfehlungen und erfahre, wie du deine Ergebnisse beim Netzwerken um ein mehrfaches steigern kannst. Übrigens, du kannst auch gerne deine wichtigsten Netzwerkpartner mit in diese Gruppe einladen. Denn wenn sie bessere Netzwerker werden, hast auch du was davon. Richtig?